Beschäftigt man sich mit Prozessmanagement und hier speziell mit Software für Prozessmanagement kommt man ganz schnell zum Begriff Prozessrepository. Was das ist und für was man ein Prozessrepository wirklich braucht, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und beim Thema Prozessmanagement kommt man ganz schnell zu dem Begriff Prozessrepository. Das Wort kommt aus dem Englischen und meint einen realen oder virtuellen Ort, an dem alle Unterlagen gelagert sind, die beschreiben oder aufzeigen, wie ein Unternehmen funktioniert. Ein Archivraum sozusagen. Und aus der Historie heraus kann es wirklich ein solcher Raum sein. Zum Beispiel sind dort Rezepte, Verfahrensanweisungen oder wichtige Unterlagen gelagert und aufbewahrt. Das ist natürlich heute im heutigen Kontext so nicht mehr zeitgemäß, sondern der Ablageort ist heute oft ein Speicherplatz auf einem Gruppenlaufwerk, im SharePoint, innerhalb einer BPM-Suite, also einer Prozessmanagement-Suite. Inhalte eines Prozessrepositories sind alle Informationen rund um das Prozessmanagement. Also Prozesslandkarten, BPMN-Modelle, die Aufbau-Kreation mit Organigramm, Rollenmodelle, Prozesskennzahlen, Datenflussdiagramme, Applikationsdiagramme, Dokumentenmodelle, Process Governance und vieles weitere. Ein wichtiges Kernelement eines Prozessrepositories ist die Auswertbarkeit und die Analyse der Beziehungen der Inhalte untereinander. Dazu ein paar Beispiele. Welche Mitarbeiter hat welche Rolle inne und in welchen Prozessen werden diese Rollen benötigt? Was passiert, wenn ein Prozessauftrag abwickelt, wenn die Software ABC durch die Software X und Z abgelöst wird? Wie sollte das Organigramm angepasst werden, wenn alle am Prozessbeteiligten, also Prozessmarktbearbeitet in dem Fall, beteiligten Personen in einer Organisationseinheit zusammengefasst werden? In welchem Prozess wird das Dokument Arbeitskarte erzeugt, das im Prozess Rechnung erstellen benötigt wird? Und damit wird unmittelbar klar, dass ein Prozessrepository eine Datenbankstruktur sein muss, um solche Auswertungen und Analysen zu ermöglichen. Durch die Datenbank und die Beziehungen zwischen den Modellen und den Objekten kann auch der Änderungsdienst einfach gestaltet werden. Wird zum Beispiel eine Organisationseinheit umbenannt, erfolgt dies einmal zentral und ist damit in allen verknüpften Prozessen geändert. Sie müssen also nicht mühevoll jedes Prozessmodell aufrufen und dort die entsprechende Organisationseinheit manuell ändern. Das erspart natürlich enorm viel Aufwand für die laufende Pflege Ihrer Prozessarchitektur. In einer Datenbankstruktur abgelegte Prozessinformationen lassen sich auch viel leichter analysieren und warten und pflegen als rein grafisch oder redaktionell erstellte Informationen. Damit ist auch unmittelbar klar, warum sogenannte Betriebshandbücher als PDF oder im Word-Format oder Flussdiagramme, die mit einem Grafikprogramm erstellt worden sind, Beispiele sind jetzt hier Visio zum Beispiel oder PowerPoint, in einem Dateiordner auf dem Netzwerkspeicher eben kein geeignetes Prozessrepository darstellen, weil sie eben nicht in einer Datenbankstruktur abgelegt sind und es damit keine Beziehungen zwischen den Informationen gibt, die man warten oder auswerten könnte. Wenn Sie also ernsthaft mit Prozessmanagement auseinandersetzen wollen, dann setzen Sie bitte eins der ganz vielen BPMN-Softwarepakete ein, die ein Prozessrepository bieten, die also diese Datenbankstruktur haben, damit Sie wirklich dann eben leicht Änderungsdienste vornehmen können und leicht die entsprechenden Daten auswerten. Und das ist auch keine Preisfrage, denn bei den vielen Tools gibt es sogenannte kostenlose Community Editions, die für kleinere Unternehmen locker ausreicht. Also oft ist das für kleine Betriebe mit 5, 10, 15 Mitarbeitern völlig ausreichend, was da bereits geboten wird und das kostet eben nichts. Und wenn das Unternehmen mitwächst, dann kann man sich eben auch eine teure Version kaufen von einem dieser Anbieter, also überhaupt eine teure Version kaufen, also eben Geld bezahlen und dann hat man eben den vollen Funktionsumfang. Und ein Beispiel für eine solche Community Edition habe ich hier in der Videobeschreibung mal verlinkt, da können Sie mal reinschauen, dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen eben, was solche Suiten alles entsprechend leisten. Und wenn das Video hilfreich war, dann Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video, in dem ich ein Prozess-Repository aus einer Community Edition direkt vorstelle. Das schauen wir uns dann am Bildschirm an. Dranbleiben, herzlichst, Ihr Axel Schröder.